Als nächstes erwartet uns ein UFC-Kampf im Mittelgewicht. Kriegt's nicht so blöd, komm. Wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Mittelgewichtskampf geht? Ich bin schon 31. Ich werde immer älter und älter, Leute. Das geht mir zu schnell. So, jetzt komm. Mit meinen Kicks mache ich dich jetzt alle. Ich kick den jetzt tot. Verdammt. Aber ich habe schon keine Ausdauer mehr. Oh, Schande. Nein! Scheint benommen zu sein. Und das ist der Niederschlag. Nein! Wehe dir. Wehe dir. Wehe dir. Wehe dir. Wehe dir. Komm. Mach irgendwas. Mach jetzt irgendwas. Ich kann einfach nichts mehr anstecken. Unglaublich. Ja, lass mich nicht aufstehen. Junge, lass mich aufstehen. Ja, kaum. Keine Chance. Starke Übergang in die Fullmauern. Starke Befreiung aus der Fullmauern. Er wechselt wieder in die Fullmauern. Lass mich jetzt aufstehen, Junge. Nein, das wird nix. Jetzt auf mit dem Scheißdreck. Ja, er schafft es sich aufzurichten. Oh, da muss er seinen Kopf besser schützen. Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Wir gehen beide wieder in den Stand. Gut gekontert mit dem linken Punch. Das war lächerlich, okay. Der Block gegen diesen Punch. Wow, ein heftiger Headkick. Guter Kick. Nein. Alter, jetzt lass das mal gut sein. Lass mich aufstehen. Er lasst mich schon wieder nicht aufstehen. Ja, komm, power dich ruhig aus. Komm. Boah, ich hab dir dein Bein gebrochen, oder? Ich hab enorm viele Schwierigkeiten. Der Typ macht mich fertig. Ich hab nicht die geringste Chance gegen ihn gerade eben. Da ist der Block gegen den Punch. Mach jetzt. Was war das? Ich hab den doch gegeben. Er ist normalerweise... Das wollte ich gar nicht. Ja, der Kick landet genau am Kopf. Ja, Kick zum Kopf. Treffer mit dem Jeff. Und noch ein Kick zum Kopf. Oh, verdämmt. Vielleicht sollte man mal mehr unten kämpfen. Und noch ein Kick zum Körper, aber geblockt. Ja, schön. Oh, wie er den aufhaltet. Oh, schöner Punch. Ich bin gleich wieder tot. Gutes Timing. Ja, komm. Ja, der hat gesessen. Ich kann gerade nichts drücken. Oh, was war das jetzt? Boah, stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Oh, böser Kick. Der Schlag geht daneben. Leider Gott ist aber wahr. Naja, komm, komm, komm. Das... 20 Sekunden in dieser Runde. Oh ja, stark. Es kniet zum Kopf. Ich komme nicht weg. Unglaublich. Schöner Schlag, aber daneben. Ja, die erste Runde ist zu Ende. Schande. Der Typ, der hat mich richtig fertig gemacht. Ab in Runde 2. Ah. Meine Capoeira-Künste sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber... Er geht mehr unten, auf den Körper. Bei einem Körper. Das war sexy. Bam. Okay, okay, okay. Halt dich raus. Komm raus, raus, raus. Das war schön. Fuck. Wenn der mal abgeht, dann geht der richtig ab. Mein Bein ist verletzt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, schöner Kick zum Kopf. Ja, schöne, schöne Kombination. Gute Gerade. Lass mich jetzt mal... Oh Gott, wenn ich unten bin, ich bin tot. Das ist mein Ende. Das ist mein Ende. Leute, das ist mein Ende. Gut, mal schauen. Vielleicht kann ich ihn zur Aufgabe zwingen. Jetzt hat er die Kontrolle. Nee, keine Chance. Lass mich nicht mal mehr aufstehen erst. Lass mich wenigstens aufstehen, Junge. Diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Was für ein Kick zum Körper. Oh, schöner Kick zum Kopf. Ich reagiere viel zu langsam. Fuck, oder wie kann der das ausweichen, die es da abblocken und dann noch geben? Unglaublich. Da war viel Wucht hinter dem Kick, aber er war zu ungenau. Ja, klasse, dieser Terp. Ja, beide, beide teilen hier richtig aus. Sehr gute Kicks. Rechte Oberhand, aber daneben. Der Typ gibt mir richtig. Verdammt, ich habe keine Chance. Oh, Mann. Wir sind jetzt bei Halbzeit dieses Kampfes. Ja, ja. Ich habe keine Power mehr. Schande, ich bin, ich bin, ich bin tot. Oh, Junge, er kriegt dich an. Jetzt da. Gib ihm. Gib ihm den Rest. Zum Glück, Alter. Was für ein knallharter Haken, mit dem er diesen Kampf hier beendet hat. Er hat sich seinen Gegner schön zurechtgelegt und den Angriff dann mit diesem sagenhaften K.O.-Schlag abgeschlossen. Sehen wir uns mal unsere Wiederholung des Kampfes an. In dieser Einstellung sieht man, wie heftig dieser Kick war. Das war echt schlimm, echt schlimm, echt. Ich habe gedacht, das ist zu Ende mit mir. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Weil hätte ich jetzt nochmal verloren, dann hätte ich bestimmt wütend abgedreht. Ja, wenigstens ein paar Fans dazubekommen, ein paar Punkte dazubekommen. Unglaublich. 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 Den schaffe ich nicht. Aber wenn ich den besiege, was nicht möglich sein wird, ich müsste echt noch gegen den kämpfen. Weil es ist eben der Platz 1 Typ. Den müsste ich besiegen und dann könnte ich gegen den Champion nämlich an. Aber mit meiner Statistik da, mit meinem Skill, keine Chance. Ich muss echt mehr trainieren noch. Da muss man echt viel mehr trainieren. Stand. Logischerweise wieder blocken und Bewegung. Komm, jetzt habe ich nicht. Lächerlich. Okay, warte, machen wir das hier. Simulieren wir das. So, das war's mit Trainieren heute. Das war's mit Trainieren heute. Als nächstes sehen wir einen Kampf im Mittelgewicht zwischen Iceman und Cesar Mutante Ferreira. Cesar Mutante Ferreira kommt da jetzt aus dem Tunnel und will den Fans heute ein wahres Feuerwerk bieten. Okay, komm. Er will gar nichts. Dieser Kampf ist auf drei Runden, auf fünf Minuten angesetzt. Da war der Leerkick. Sehr gute Kegens. Wow. Das sucht man gleich. Gute Technik. Bisschen zu ruinieren, ganz wichtig. Wer trifft ihn mit der Linke? Oh, lächerlich. Ah, verdammt. Komm schon. Ein paar Kicks. Bisschen punchen. Sehr schöne Kicks. Ich habe keine Ausdauer. Das war schön. Das sind richtig gute Kicks. Ja, sehr schön. Aufhack. Konnte ich nicht blocken. Ja, definitiv. Mach nicht auf cool, hey. Junge, mach nicht auf cool. Ja, schönes Ding. Oh, na, 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 na. Alles gut, alles gut. Au, verdernt. Das Problem ist, er hat auch mehr Reichweite. Wahnsinn, was für ein Headkick. Ja, er bringt eine Kombination. Ah. Oh, Mann, was für ein Kick. Lächerlich. Ja, wie konnte er durch die Blockdingsbums da durchbrechen? Unglaublich. Ah, was soll denn der Blödsinn? Nein, 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 nein. Befreien, befreien, befreien. Habe ich echt keinen Bock drauf. Schande. Ich will lieber den Kick machen. Ah, lech. Stopp. Steh auf, steh auf, steh auf. Die Kämpfe werden immer schwerer. Er bringt einen Inside-Lag-Kick. Toller Kick, aber da kommt der Block. Schöne Gerade, da ist der Körpertreffer. Da war die Schöne Gerade, der Kopftreffer. Nein. Ja. Fuck. Ja, schöner Konter-Jab. Alter, was ist los mit dir? Kommst du oder nicht? Toller Leer-Kick. Was war das jetzt? Und noch so, ein starker Leer-Kick. Körpertreffer, bitte. Oh, nein, nein, nein. Sehr schöner Kick zum Bein. Ah, sehr schöne Kombination. Ferreira blockt und kontert mit dem Jump. Klasse wie Echner. Ah, das ist ja... Perfektes Timing. Schöner und er fängt den Kick ab. Unglaublich der Typ, echt. Wie kannte der so... Ich kannte das mit dem Blocken einfach nicht. Wieder ein toller Kick. Ah, ein heftiger Head-Kick. Nein, 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 nein. Steh auf, Junge. Warum ich immer ausrutsche. Okay, okay, okay. Gut. Schande. Konnte ich nicht mehr machen. Leute, was ist da los? Zehn Sekunden noch. Oh, oh, schöner Kick zum Kopf. Das ist das Ende der ersten Runde. Schande. Das war eine scheiß erste Runde. Es tut mir echt leid, dass ich so rede, aber... Ist so. Der Typ ist unglaublich. Die zweite Runde beginnt. Ja, geh weg mit dem. Du wolltest mir am Anfang die Fast nicht geben. Er verpasst ihm eine Gerade zum Kopf. Das ist so wahnsinnig. Schau, wie der abgeht. Wie der abgeht. Oh, na, hört. Schande, Schande, Schande. Nein, komm, Junge. Ich kann nichts machen. Es ist vorbei. Nein, 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 nein. Das war's. Ende, Ende, Schande. Fuck. Ja, geh nicht so komisch, Junge. Nein, uninteressant. Nasenbeinbruch, guckt ihm meine Nase an. Voll schief. Freut mich für dich. Ich falle jetzt viel zu oft. Karrierenende ist schon ganz nah.